I wonder if you go and you'll hear me from here. If you see me, then you see me, then no, I have to go. I say for you. Welcome back, friends, here to a new video on our channel. Welcome to Cardomania. Wir haben einen weiteren Vergleich für euch vorbereitet. Und zwar nehmen wir uns heute das neuen PS-Card. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund schon blubbern. Auf jeden Fall, Card hat schon Bock, ich auch. Wir wollen mal schauen, wie viel macht das Unterschied auf unserer Strecke hier mit Streichbelag, sprich ein an und für sich schon sehr glatter Untergrund. Wie viel Zeitunterschied macht es, die komplette Strecke einmal quer zu fahren, sprich im Drift, sprich unsauber, und einmal so sauber wie es geht einfach zu fahren. Ideallinie, richtig anbremsen, dass man einfach sauber über die Strecke kommt. Ihr könnt gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, bevor wir loslegen, wie viel ist der Zeitunterschied zwischen Drift auf Ideallinie, auf 400 Meter. Natürlich probiere ich die ganze Strecke auch wirklich quer zu fahren, damit wir einen guten Vergleich haben. Ich denke, das wird ganz gut klappen bis auf die kurzen Geraden, aber da kann ich gucken, ob ich ein bisschen anpendel. Aber so sieht jetzt der Versuchsaufbau auch auf. Generell liken und folgen, nicht auch noch zusätzlich vergessen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Und los geht's, oder? So ist es. So, die Karre ist bereit. Ich bin's auch. So halb. Ich bin schon länger keinen neuen PS mehr gefahren. Jetzt mal gucken. Mal sehen, was wird. Was wird. Tim, schieb mich mal an, bitte. Ah, hab ich auf Start gedrückt. Weiß ich nicht. Guck mal kurz. Klingt wie ein V8, oder Leute? Geil. Ja, okay. Ja, Junge. Voll verkehrt mich. Geil, der Kling. Okay, also zusammenreisen. Die Spaßrunde kommt gleich. Wir machen jetzt erstmal eine saubere. Ah ja, okay. Eine sauberfahrt, sauberfahrt. Jawohl, saubere Runde, saubere Runde. Sauberre Runde. Jawohl, sauber, sauber. Ja, gut, gut. Ah, das soll untersteuern. Na egal, drauf drauf. Ein bisschen übersteuern kann man nicht vorbei. Ah. Ja, gut, gut, gut. Ja, ein bisschen ist immer dabei. Jawohl. Okay. Auf. Jetzt habe ich mir gerade auf einen tollen Fuß angehauen. Also, es ist extrem wenig Grip. 33,3. Ja. Okay, dann hat es sich doch besser, äh, schlechter angefühlt als es war. Ähm. Ich muss sagen, ich hatte da hinten einmal hart untersteuern, hab das Gelenk, der ist einfach gerade ausgefahren. Aber so konnte ich mit dem Gas ganz gut dosieren. Das werde ich jetzt nicht tun. Ich werde alles dafür gehen, dass dieses Ding komplett quer fährt. Okay? Wir machen weiter. Nochmal Erinnerung, schreibt in die Kommentare, wie viel langsamer wird es jetzt sein. So. Wir fahren uns hier wieder ein bisschen ein. Guck mal, wie viel Linie hier so am besten jetzt mitnehmen kann. Am besten ist es einfach den Reifen komplett zu überhitzen. Ich habe einen tollen Fuß auf. Okay, mal, mal. Yay. Oh, ja, okay. I wonder if you go. I do not hear you, no. If you see me, then you see me. Then, if you do not, I don't know. I do not know. I say to me, ah. 91. Achso ist hier, *** Boah, also über drei Sekunden langsamer. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber das hat gerade extrem viel Grip am Ende gekriegt, weil die Reifen so warm waren. Also komplett rutschen war es jetzt nicht, aber die meiste Zeit schon, das hat man auch gehört, das hat schon gequietscht wie blöd. Ich habe das Gefühl wie bei Tokioffel, ich habe auch zwischendrin gesungen, aber es war echt geil. Es ist richtig aussagekräftig, 3,4 Sekunden langsamer, als wenn du sauber fährst. Ihr erinnert euch an das Video, ich meine, ihr erinnert euch an das Video, bremsen oder nicht bremsen, da waren es 0,8 Sekunden Unterschied und hier sind wir jetzt nur quer gefahren, von daher macht es schon echt viel aus. Richtig viel, von daher Ideallinie, Leute, das Wichtigste für schnelle Rundenzeiten hier bei uns. Triften ist zwar lustig, aber damit gewinnt es halt nichts. So, krass, krass, okay, gut, Versuch beendet, wir sind schlauer, wünschen euch noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Anschauen, nicht liken und kommentieren vergessen bitte und folgen natürlich auch noch. Ich dachte schon, du sagst jetzt nicht liken. Nicht liken, vergessen. Nicht vergessen zu liken und auch nicht zu folgen und zu kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Video, bleibt gesund, bis dahin, macht's gut. Verd depurs. 14 mittel. Uploads, blizz. 142-flowers. 9あと 3.